Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über die Whiffings Body Smart Waage. Ich würde mich über ein Like auf das Video und ein Abo freuen und jetzt viel Spaß. Beginnen wir mit dem Design der Whiffings Body Smart Waage. Diese Waage überzeugt mit einem modernen minimalistischen Aussehen, das sich in jedes Badezimmer perfekt einfügt. Die Oberfläche aus gehärtetem Glas sorgt nicht nur für ein elegantes Aussehen, sondern garantiert auch Langlebigkeit und einfache Reinigung. Die schlanke Bauweise ermöglicht eine problemlose Lagerung und die mitgelieferten Teppichfüße gewährleisten genaue Messungen auf unterschiedlichen Untergründen. Die Verarbeitungsqualität ist also wirklich sehr gut. Man hat auf jeden Fall ein hochwertiges Gerät im Badezimmer stehen. Die Einrichtung der Waage ist auch ein Kinderspiel. Nach dem Herunterladen der Whiffings App auf dem Smartphone führt ein einfacher Setup-Prozess durch die Installation. Die Verbindung über WLAN und Bluetooth ist schnell und absolut stabil. Ein besonderes Feature ist der Augen-zu-Modus, der es ermöglicht, sich auf den Gesamt-Trend zu konzentrieren, ohne sich von den täglichen Schwankungen ablenken zu lassen. Die Waage bietet auch einen Athleten-Modus, der speziell für sehr aktive und sportliche Nutzer entwickelt wurde. Die Whiffings App ist natürlich das Herzstück der Waage. Sie bietet nicht nur eine übersichtliche Darstellung deines Gewichts und der Körperzusammensetzung, sondern ermöglicht auch das Tracking von Trends über eine bestimmte Zeit. Die Integration mit anderen Apps wie Apple Health erweitert die Möglichkeit zur Gesundheitsüberwachung. Besonders hilfreich ist die Exportfunktion von Gesundheitsdaten, die es ermöglicht, deine Fortschritte mit einem Arzt oder einem Trainer zu teilen und zu besprechen. Abschließend ist die Whiffings Body Smart Waage ein hervorragendes Tool für jeden, der seine Gesundheit aktiv überwachen möchte. Sie kombiniert hochwertiges Design mit fortschrittlicher Technologie und nützlichen Features. Obwohl es günstigere Alternativen gibt, die oft einige Euro billiger sind, bietet die Whiffings Body Smart Waage ein umfassendes Gesundheitsmonitoring und eine nahtlose Integration in deinen Alltag. Und das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Und wenn es euch gefallen hat, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!